Dr. Markus Krall ist jetzt Mitglied beim Bündnis Deutschland. Ich habe darüber berichtet. Doch jetzt tritt der gesamte Landesvorstand in Hamburg wegen dieser Personalie zurück. Und damit wir uns zusammen, ich bin Olli, für Christian Content jetzt gerne ein Abo dalassen. Du kannst es dir beim besten Willen wirklich nicht mehr ausdenken. Da sieht man mal wieder, dass ich recht behalten habe, dass solche Kleinstparteien es sehr schwierig haben, keine Frage. Man kann die unterstützen, ja natürlich, und sie können auch zu großen, wichtigen Parteien sich etablieren, ebenso möglich. Haben wir bei zahlreichen Parteien schon gesehen. Aber wir sehen auch, wie sie sich oftmals selbst zerlegen. Und so hier am Beispiel der Bündnis Deutschland. Denn die haben jetzt hier tatsächlich Hashtag Rücktritt gepostet. Als Landesvorstand Hamburg haben wir gemeinsam mit unseren Mitgliedern beraten. Der neue Kurs von Bündnis Deutschland, der Partei, der wir alle mit viel Herzblut aufgebaut haben, ist nicht mehr unserer, wie es hier heißt. Und ja, es wird der Herr Krall zumindest am Anfang erstmal nicht oder gar nicht hier genannt. Aber es ist natürlich klar, darauf zurückzuführen. Ich hatte ja darüber berichtet. Und mein Video diesbezüglich ist ja ziemlich viral gegangen, wie ihr hier sehen könnt. Mit jetzt, wo ich das Video aufnehme, knapp 100.000 Aufrufen, dass der Herr Krall hier eine neue Partei eingetreten ist. Und jetzt wiederum, dass kurz danach, nachdem es ja hier selber beim Bündnis Deutschland verkündet wurde, dass der Herr Krall jetzt hier Mitglied wird am 3. September. Und jetzt kommt eben hier am gerade mal 4. September direkt schon der komplette geschlossene Rücktritt. Das ist halt schon sehr, sehr krass. Und ich kann mir vorstellen, dass mit dieser Personalie und besonders auch der Kommunikation, weil wie viele, also man weiß ja nicht unbedingt, ob jemand Mitglied in der Partei ist. Wenn das natürlich eine Galleonsfigur ist, wie der Herr Krall das natürlich sein kann, nicht muss, aber für den einen oder anderen stellt er das bestimmt dar, dann hausiert man natürlich damit. Ohne das jetzt böse zu meinen. Das ist ja natürlich auch irgendwo eine Auszeichnung, dass man sagen kann, jo, wir haben halt Markus Krall als Mitglied. Und das freut dann natürlich eben entsprechend hier das Bündnis Deutschland, offensichtlich hier auch im Vorstand. Und das scheint aber so, habe ich die Wahrnehmung nicht abgesprochen geworden zu sein. Denn wenn wir uns hier das Ganze weiter durchlesen. Zweitens, wir verweisen an dieser Stelle nochmals auf unsere Erklärung vom vergangenen Montag. Unser Weg geht weiter, sowohl strukturell als auch politisch. Werden wir dabei in Zukunft andere Pfade beschreiten. Wir werfen also nicht das Handtuch. In Hamburg sagt man Tschüss beim Auseinandergehen. Aus diesem Grund erklären die Mitglieder des Landesvorstandes Hamburg am heute hier 4.9.18.30 in Hamburg geschlossen ihren Rücktritt von allen Ämtern. Inzwischen, und jetzt kommt's, ist Dr. Markus Krall Parteimitglied geworden. Kommunikation und Außendarstellung der Partei verändern sich jetzt schon deutlich. Und da seht ihr, habe ich wieder recht gehabt mit meiner Prophezeiung. Alle zehn Vorstandsmitglieder haben ihren Rücktritt sowohl schriftlich als auch mündlich heute erklärt. Die gewählte Kandidatenliste für die Hamburger Bürgerschaftswahl 2025 werden wir zurückziehen. Die treten 2025 gar nicht mehr an. Zumindest mit dieser Zusammensetzung. Die Austrittserklärungen aus der Partei werden der GST, also Geschäftsstelle irgendwie sowas, übermittelt. Wir haben in den letzten zwei Jahren fleißige, freundliche und viele um unser Land ehrlich bemühte Parteifreunde kennengelernt. Das glaube ich denen wirklich, definitiv. Es fällt uns daher nicht leicht, diesen Schritt zu vollziehen. Aber er ist zwingend nötig, wenn wir unseren Ansprüchen gerecht werden wollen. Das Ziel bleibt die Veränderung dieses Landes, so wie unserer schönen Stadt Hamburg. Diesem fühlen wir uns verpflichtet. Wir blicken dabei nicht im Zorne zurück. Tja Leute, da fragt man sich halt, wie kann es sein, dass man wegen einer Person zurücktritt? Da wird hinter den Kulissen, denke ich mal, einiges ganz, ganz schief gelaufen sein. Und wir sehen einfach, wie sich Parteien wirklich selber zerlegen. Weil das ist nichts, was jetzt diese Partei zusammenschweißt. Wo man sagt, da ist jetzt ein Markus Krall drin und da ist jetzt ein sehr guter Vorstand und ein Landesvorstand in Hamburg. Mensch, die kann ich mir jetzt vorstellen zu wählen. Die machen eine gute Arbeit. Sie glauben offensichtlich, sind selber davon überzeugt, dass es eher heißen kann, wenn es Deutschland. Uff, da ist dieser Markus Krall drin. Nee, den mag ich ja gar nicht. Verschwörungstheoretiker und so weiter und so fort. Und man muss dazu sagen, ich habe ja auch schon ein bisschen Kritik geäußert. Obwohl, ich habe ja mindestens ein Buch, habe ich zwei, ein Buch habe ich auf jeden Fall, das aktuellste von ihm, ja im Regal stehen. Er ist wirklich ein sehr, sehr intelligenter Kopf, muss man ganz klar sagen. Aber ich habe die Wahrnehmung, so über das letzte halbe, dreiviertel Jahr, besonders seit seinem Ausscheiden aus der Werteunion, hat er sich verändert. Er hat sich, man würde sagen, zunehmend radikalisiert. Nein, ihr wisst, was ich meine. Aber teilweise finde ich die Wortwahl vom Herrn Krall auch nicht angemessen. Besonders nicht für seinen Stand, für seinen Status, den er hat. Dass er, ha, Punkt, 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 Sohn, manche Sachen bezeichnet, manche Sozialisten zum Beispiel. Das gebührt nicht. Das nimmt der Argumentation auch jegliches Feuer raus, wenn man beleidigend und diffamierend wird. Jetzt wird der ein oder andere natürlich einen Kommentar schreiben, ja man muss mittlerweile mal richtig auf den Putz hauen, damit man auch die Reichweite bekommt, damit die Leute auch mal aufwachen. Ja, ich weiß schon, was ihr meint, aber man braucht manchmal, also bei verschiedenen Worten, da hört der Spaß auf, sage ich, ganz klar. Damit ihr wisst, was ich meine, ich spreche das Wort nicht auch, aber hier, das wird ein Riesenspaß, ihr sozialistischen Punkt, Punkt, Punkt. Wisst ihr Leute, was soll denn so etwas? Also das hat ja, als ob er jetzt weiß, mit der Mutter, mit dem Kinder, ach, das ist doch Schwachsinn. Also sowas zu posten, öffentlich, wo es jeder einsehen kann. Da, jetzt mal aus dem Bündnis Deutschland, der Sicht der Hamburger, kann ich es verstehen, wenn die sagen, damit möchten wir nicht in Verbindung gebracht werden. Man weiß ja bis jetzt aktuell noch nicht, ob der Herr Krall auch irgendwie ein politisches Amt jetzt oder auch einen Posten innerhalb dieser Partei für sich in Erwägung zieht. Mal gucken, was da in den nächsten Tagen bei rauskommen wird. Ich könnte es mir schon vorstellen, dass er da jetzt irgendwelche Bestrebungen hat. Und man sieht ja auch, er gibt so einen Seitenhieb auf die Werteunion, das kann man ihm nicht verübeln. Hier zum Beispiel, lieber die Werteunion, mach drüber, ich bin schon da. Gemeinsam schaffen wir jetzt die Partei der Freiheit in der verwaisten Mitte des politischen Spektrums. Und das Kuriose ist ja, wir haben uns ja das Wahlprogramm in der Fassung hier auf der Webseite ja auch nochmal gemeinsam angeguckt in meinem ersten Video. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, guckt euch das mal an. Das hat nichts mit Libertär zu tun für das, was Markus Krall ja einsteht. Deswegen kann ich das gar nicht nachvollziehen, weil das war ja auch immer so dieses Argument, was zwischen den Zeilen, wie ich fand, stand, warum er nicht in die Alternative eintritt. Weil die an den Staat glauben, weil die zu sehr immer staatshörig wären oder sonstige Sachen. So habe ich das zumindest interpretiert. Aber wenn wir uns dieses Wahlprogramm ja hier in dieser Kurzfassung beim Bündnis Deutschland angucken, Da habe ich ja auch gestern extra gesagt, das ist ja in vielen Punkten wirklich sehr, sehr ähnlich zu dem der AfD. Und dann verstehe ich den Punkt nicht. Und wie verschiedene Äußerungen oder auch Einstellungen des Markus Krall widerspricht es ja komplett ihm. Ich hatte beispielsweise die Situation hier aus der Klimapolitik mit rausgenommen. Dass das nicht passt, hatten wir ja hier bei dem Kapital hier beispielsweise auch lesen können. Nicht wissenschaftlich als existent bewiesen wurde, die Klimasituation und so weiter. Also von daher verstehe ich nicht, warum er in diese Partei jetzt hier speziell eingetreten ist. Ihr könnt ja mal eure Vermutung gerne unten in die Kommentare reinschreiben, Dass jetzt hier ein kompletter Landesvorstand aus mehreren Mitgliedern zurücktritt. Sowas habe ich noch nicht gesehen. Das ist wirklich eine ganz, ganz heftige Kiste. Und mal sehen, wie es mit dem Laden weitergeht. Aber offensichtlich, so habe ich die Wahrnehmung, das Bündnis Deutschland zerlegt sich offensichtlich gerade selbst, bevor es eigentlich bekannt war und losgelandet ist. Schreibt eure Meinung in die Kommentare, abonniert den Kanal. Das bleibt weiter entspannt. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten und ciao.